Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute geht es um den Weltcup 2000, die Sporttaschen-Neuheit von GOP. Sie ist aus wetterfestem Kunstleder und sie behaltet ihre Stabilität garantiert auf jedem Velo- oder Mova-Gepäckträger. Die Sporttasche ist handlich und dank dieser Kofferform passt auch alle Hand rein. Ja, da werden Sie jetzt tun und das sicher fast nicht glauben, da drin ist nämlich wirklich die Ausrüstung von einer ganzen Fussballmannschaft. Verstellt Schuhe, Golihose und was haben wir da? Das sind Knieschonen, Stulpenhändchen und jetzt kommen die Leibli. Ganz ein Haufen hat es da. Wie viele sind die Hälfte? Ja, da fehlen ja noch ein paar. Hoppla. So. So. Ja, und da hat es ja noch einen Scheidsrichter-Pfeifen. Das ist faul. GOP führt ja, wie Sie wissen, immer wieder Qualitätstasche durch. Und auch diese Tasche ist durch einen ganz harten Qualitätstasch gegangen. Die bewährten Sporttaschen können Sie jetzt in jedem GOP-Center und im GOP-Warenhaus kaufen. Und speziell für die sportlichen Herren hat GOP jetzt modisch aktuelle Herrenhemper Angebote bereit. Ein Hemmchen von GOP ist im Dessert und im Schnitt modisch immer aktuell. Denn bei GOP sorgen geschulte Bekleidungsfachleute den Einkauf mit der Beratung von den Modespezialisten. Man dreht wieder Polo. Sportlich und bequem. Oder bequem elegant unter dem Sommerwestern. Polo bei GOP. In einer pflegelichten Baumwoll-Polyesterkombination. Oder das Hemmli-Modell in langen Arm. Erhältlich in verschiedenen Dessins. Verschiedene Farben und mit praktischer Brusttasche. Gute Passform in der Grössen 37 bis 43. Die modisch aktuellen Herrenhemper gibt es jetzt zu Sommerpreisen. Und zwar in Ihrem GOP-Center oder in den GOP-Warenhäusern. Überall dort, wo die Plakate hängen. So, wir danken Ihnen fürs Zuschauen und wünschen Ihnen noch einen schönen Mittwochabend. Denken Sie jetzt aber an die Aktionen, die kommen. Es lohnt sich. Die Sporttaschen World Cup 2000, die wir Ihnen gerade gezeigt haben, gibt es bei GOP für nur 20 Franken. Und bis am nächsten Dienstag. Boulé Goldstar Grill fertig tiefgekühlt für nur 15 Kilo. 500 Gramm Jubilor Bohnenkaffee statt 6,70 nur 5,80. Und 250 Gramm statt 3,60 nur 3,10. Und 250 Gramm Bonsoir Koffeinfrei statt 3,60 nur 3,10. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Zweimal ein Liter Orangensaft und Gräbfriensaft Happy Day statt 2,40 nur 1,80. Und 1 Kilo ausländische Tomaten für nur 2,20. Als aktueller Preisschlager zwei Packungen an 5 Stück Kiesackpatronen für nur 5,50. Auf Wiedersehen.